Ich grüße euch, liebe Geschwister und glaube alle Freunde darüber hinaus. Wir können mit Gott gehen, wo immer wir auch gehen. Wir können mit ihm in Verbindung bleiben. Mit Elohim, dem dreifaltigen Gott. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Drei in einem. Fest, flüssig, gasförmig, ein Stoff. Länge, Breite, Höhe, eine Dimension. Frau, Mutter, Kind. Mann, Frau, Kind, eine Familie. Drei in einem ist heilig. Und bleibt auch heilig. Ich habe Elohi zum Glauben gebracht. Ich habe Javidson zum Glauben gebracht. Ich habe den Elohim-Staat ins Leben gerufen. Und noch so einiges mehr. Findet ihr das raus auf meinem Kanal. Manuel Scherls-Titier hat gesprochen. Ciao, Baba. Tschüss. Ich liebe euch. Tschüss.